Yo, wir sind am Start, Leute. Ich freue mich mega heute. Hallo erstmal, wunderschönen guten an diesem tollen Sonntagabend um 18 Uhr in USA, Laguna Seca. Richtig? Ja, ne? Wie auch immer, wir sind auf jeden Fall heute bei Assetto Corsa dabei. Und ich habe mich mal vorsichtig rangebackt und habe gefragt, ob ich mitfahren darf. Und yo, wir sind heute als Gastfahrer mal dabei beim Assetto Corsa Rennen. Ich habe geübt so ein bisschen, so wie ich konnte halt. Und wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Halbe Stunde Training, halbe Stunde Qualifikation. Und dann geht es in das allererste Rennen überhaupt. Ich bin mega aufgeregt. Auch wenn es mein Herzschlag gerade noch nicht so zeigt. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt wird in den nächsten Minuten. Yo, toi, 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 toi. Auf ein gutes Rennen, Leute. Auf ein gutes Rennen. Hals- und Beinbruch. Moin, moin, erst mal Captain Chucky. Moin, brumm, brumm. Ey, ich bin mega aufgeregt. Das wird krass. Moin, moin, Felix. Einen wunderschönsten und guten. Und Friesen auch. Friesen, viel Glück gleich beim Rennen. Viel Glück beim Rennen. Toi, toi, toi. Wird schon schief gehen, sage ich mal. Wird schon schief gehen. So, ich mache mich mal sitzbereit. Und fahren, bestätigen. Es geht los, Leute. Good luck. Vier Sekunden. Motoren starten. Toi, toi, toi. Das brauche ich, Zero. Das brauche ich. Danke dir. Ich muss mich einfach konzentrieren. Dann kriegen wir das schon. Fokus halten ein bisschen. Die Nerven nicht verlieren. Da fahren die Autos los. So, Leute. Toi, 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 toi. Wir sehen uns in einer Stunde. Eine Stunde geht das jetzt. Aufwärmrunde. Also, wir sehen uns in einer Stunde. Bremsen so ein bisschen nebenbei, dass wir ein bisschen Temperatur kriegen. Geile Autos, ne? Geile Autos. Oh, Mann, nein. Hoffentlich kriegen die keinen Kratzer heute. Ruhig bleiben, ja. Oh. Follow car number 27 in the right column. Check, check. Ah, rechts halten. Rechts halten. Rechts halten, sagt er jetzt schon. Aber jetzt geht's in die Zweier rein. Okay, okay. Uff. Gar nicht abgepasst, dass hier schon die Schikane kommt. Oh, Mann, Eric. Konzentriere dich ein bisschen, bitte. Okay. Es geht schon in die Startabstellung. Okay, es geht los, Leute. Toi, 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 toi. Auf ein schönes Rennen. Viel Glück allen. Ui. Viel Glück allen. Vor allem mir. Im Sinne, dass ich hier heile durchkomme. Toi, 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 toi. Oh, scheiße. Es geht los. Wie bei der Achterbahnfahrt. Kurz bevor es runter geht. Es geht los. Toi, toi, toi. Toi, 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 toi. Es wird schon schiefgehen. Es wird schon schiefgehen. Temp, scheißegal, Temp. Scheißegal, Temp. Scheißegal, wirklich, scheißegal. Heute ist es egal. Überleben, überleben. Green, green, green. Green, green, go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Green, 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 go, 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 go. Veronica? Ups. Ups. Well done, Eric. Good start. Good start. 1. Runde überlebt. B12. B12? Was geht? Habe Plätze gut gemacht. Pömpel 4 ist weg. Ich habe mich verbremst. Ich habe auf den Pömpel geguckt. Aber das war einer zu wenig. Da hat jemand den Pömpel weggefahren. Deswegen habe ich mich komplett verbremst gerade. Ach du Scheiße. Da fehlt Pömpel 4. Köln Front ist Eberhard. Kurang Adventures in dem Lager. Köln Front ist��. B12. Clear left. Schösser. Clear left. Hold your line. Still there. Still there. Clear left. War doch sauber, oder? Wieso kriegen wir eine Strafe? Versteh ich nicht. Haben wir eine Strafe bekommen gerade, oder? Oder galt das nicht mir? Ich glaube, wir haben eine Strafe bekommen. Ach, es war doch ganz sauber gefahren, oder nicht? Mist, Mist, Mist. P-13 check. Jetzt hier. Römpel 4 fehlt. Ich muss das ein bisschen früher bremsen, ja? Ist das fies. Wow, wie Paisy da rankommt. Ist so krass. 100 Mal Schella an der Stelle gefühlt. Wir folgen den Raum, Master. Willkommen, Chris. Hier mit den Strichen 2005 von Weltzwein. Clear right. Clear right. Clear right. Danke für den Follower, Bro. Bring uns Glück. Erstes Rennen, my life. Ziel ist, überleben heute. Aber wir sind irgendwie, haben noch Plätze gut gemacht. Werde jetzt natürlich verlieren. Pöpö, denke ich. Aber ich werde auf der letzten Rille fahren, definitiv. Also, ich fahre auf der letzten Rille. Still there. Clear left. Car right right side clear. Ich will halt niemanden Schaden schütteln. Das ist doch auch ganz, ganz wichtig für mich. Wirklich wichtig. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe heute mitfahren hier und dann ist es auch irgendwo eine Ehre, dass ich das machen darf hier. Und da will ich jetzt nicht die Leute auch noch abschießen, weißt du? Das ist auch noch wichtig. Also, auch noch eigentlich, das ist das Wichtigste. Wirklich das Wichtigste. Deswegen ärgert mich gerade diese Strafe. Ich weiß nicht, ob die mir galt. Ich hoffe, die galt nicht mir, aber ich will sauber fahren, gerade bei anderen Leuten so, weißt du? Ich komme gerade so ein bisschen am Pisi ran. Vielleicht können wir gleich mal seinen Angriff sogar starten. Holy shit, das wäre mega krass. Mal gucken, aber erst viel besser an dieser Haarnadel da hinten. Schauen wir mal. Ich versuche jetzt bei drei jetzt ein bisschen früher bremsen. Guck mal, hier sieht es aus, aber ganz normal. Ach, der bremst nicht so da hinten rein, deswegen. Okay, okay, okay. Er fährt die komplett anders als ich, diese Kurve. Besser wahrscheinlich. Die Gap in Front ist jetzt 0.9. Oh, da fährt er raus. Oh, 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 oh Ich muss wieder konzentrieren, ey. Konzentrier dich so ein bisschen. Ein bisschen Konzentration. Jeff labert wieder Stuss. Oh, viel zu weit innen gefahren. Gibt es eine Strafe? Warnung, okay, Warnung bekommen, Warnung. Das Rennen macht so Spaß, das klappt ja nicht. Holy shit, ist das ein Fest? Ist das ein Fest, wirklich? Holy macaroni. Das ist eine Schlacht praktisch. Jetzt kommt Faze hier gut weg, ne? Ja, ist okay. 2,3 Sekunden ist auf Formel, check. Ja, hier wieder, ist so schlecht diese Kurve. Ist bald vorbei das Rennen? Wie lange muss ich denn noch? Kann ich mehr. Ich ernähre mich dem Ende meiner Kräfte. Oh, das ist anstrengend. Check, 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 check. Oh, verschaltet. Verschaltet. Nicht im ersten Gang geschaltet. Oh, schon wieder Pumpleback. Zwei Pumpleback mit zweier Markierungen. Eberhard ist jetzt in der Lied. Fries ist immer noch auf 1, laut Anzeige unten. Kommen sie nicht auf die Strecke. Oh, nein. Yellow Flag. Lol, Mutter abgewirkt. Lol. The incident is clear. Green Flag. You have a minor area of damage. Stay out. It's not that bad. Oh, es geht. Wie so did I get there? Yellow Flag. Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Green Flag. You're clear. Schaden. Ja, minimal, sagt er. Minimal. Alles gut. Jeff sagt, bleib draußen. Ich bleibe draußen. Also, da höre ich auf Jeff. Wenn er sagt, bleib draußen, bleib ich draußen. Aber ich eiere komplett. Ich weiß nicht, ob Jeff da so die Ahnung hat, ehrlich gesagt. Schalte gleich nochmal auf Boxenansicht. Dann sehen wir, wie viel Schaden das ist. Dann entscheiden wir das nochmal neu. Oh, ich rutsche jede... Oh, guck mal. Ich hab gar nichts. Es geht gar nichts mehr. Okay, schalte jetzt nochmal auf Boxenansicht. 15 Sekunden. Das ist wirklich kein Schaden. Warum krieg ich denn keine Kurve mehr gerade? Greifen zu heiß. Danke, Zero. Also, ein bisschen normal weiterfahren. Green Flag. Car right. Clear right. Green Flag. Car right. Clear right. Jetzt fährt sich der Wagen wieder besser, ja? Das ist ja echt heißer Reifen. Du hast recht. Ich hab voll Schiss, dass sich jeder die Kontrolle verliert. Deswegen war ich gerade so vorsichtig. Der bricht aus. Der bricht aus. Green Flag. Ach, Mann, ey. Das ist so scheiße schwer bei mir. Okay, Eric. Ich hab kein Gefühl dafür, ey. ... Ich rutsche komplett weg. Ich sag jetzt auch trockene Bumme. Boxfenster ist offensichtlich gerade lösch. Linkt oben, okay. Ich rutsche jede Runde weg. D fährt jetzt hinter mir. Acht Sekunden hinter mir. Box? Nee, äh, Jeff sagt keine Box. Ich lese gerade Nano Scheib, Box? Ah, ew, 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 ich mindset nicht mehr tot ist. Aye,…. Na, nur keine Box. Wieso, Box? Strafe bekommen. Na, ich muss einmal in die Box, warum nicht? Fahr'n wir in die Box? Okay. Look out for the pit speed limit. On exit, we should be in position 16. So, wieso meintest du jetzt Box? Ab in die Box, wenn du nicht klarkommst. Ja, aber blau auf Lager. Ich habe alles sauber berunden lassen, oder? Du solltest immer Markierungen nehmen, die nicht mit meinen Verschwinden. Das stimmt. Das stimmt. Oh, mein Grommel, schon vor deinem Live-Rend fahren. Ja. Ja, mitten drin, mitten drin. Okay, schon, war alles gut. 14 Sekunden. Ach, schnell, ein Schluck Wasser. Schnell, schnell, schnell. Okay. Oh, da geht's. Aus irgendeinem Grund halten wir Platz 14. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe Literary. Keine Ahnung warum, aber ich finde es ganz cool gerade. Oder? Mega geil. Keine Ahnung warum. Hoffen wir, dass es noch ein bisschen so bleibt. Es ist Traffic behind. Alles gut. Nur von Zero betonen wollen. Danke dir, ja. War vielleicht wirklich eine gute Idee. Weil ich muss eh einmal in die Box, weißt du? Den Pflicht-Boxenstop haben wir jetzt praktisch durch. Auch wenn er jetzt relativ früh war, aber das ist okay. Wenn ich jetzt nicht mal so viel Blödsinn baue, könnte ich jetzt damit durchfahren. Und ich habe die Reparaturen beseitigt, äh, die Schäden beseitigt. Das ist eigentlich, das ist schon okay so. 21. Minute ungefähr, ne? Laut Uhrzeit. Finde ich gut. Ey, ihr seid besser als Jeff. Jeff hat keine Ahnung, habe ich das Gefühl manchmal. Wirklich. Nächstes Mal ist einer von euch bei mir im Ohr, weißt du? Eric, Box, 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 Box. Nano dann so, oder? Oder hier Zero dann so. Eric, Box, Eric, Box. Okay, okay. Das wäre so geil, oder? So einen echten, 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 äh, Ingenieur im Ohr zu haben. Eric, Box, Eric, Box. Geh jetzt in die Box, du Sack. Äh, was? Okay, okay. Okay, okay. Geh ja schon. Alle drei vorbeigelassen. Ich versuch's gleich in diese Kurve, ne? Okay, left side tires are cold. Boah, das ist ja so weit rausgekommen. Boah, das ist ja so weit rausgekommen. 14th. Moin, Schrank. Ah, einmal auf den Check geguckt. Ah, passt. Wieso bist du im Check-Schrank? Nein. Ja, Jeff. Schrank sollte eigentlich am Steuer sitzen. Das erklärt mir vielleicht, warum ich 14. bin. Wer weiß. Oder er macht gerade einen Boxenstopp. Und schaut hier im Boxenstopp vorbei. Aber... Ja, ich bin. Ja, Jeff, ja, Jeff, ja, Jeff, ja, Jeff, ja, Jeff, ja, Jeff, ja, Jeff. Green Flag, you're clear. Okay, Derek, der nächste Auto ist Leia. Ich muss eigentlich wieder meinen Topf freikriegen, irgendwie. Ich würde fragen gerne an dich, danke, Schrank. V-50. Warum würde ich richtig da so raus? Ich habe so früh gebremst. Das ist ja meine Frage, warum würde ich da so raus? Ach, schon wieder. Aber da habe ich jetzt falsch gebremst. Da habe ich jetzt falsch gebremst. Alles gut. Vorsicht. Vorsicht. Das ist echt anstrengend. Das ist echt anstrengend. Zwing, zwing, zwing. Zwing, zwing. Zwing. Wie lange noch? Halbzeit erst. Holy shit, Halbzeit erst. Ich lasse ihn jetzt am besten vorbei. Ich lasse ihn jetzt an. 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 voll am Sliden ich weiß nicht, da ist Eberhard hinter mir Eberhard Check, 15 Nicht in der Halbzeit Ohne Handschuhe wäre das unspielbar Bin so am schwitzen Das Lenkrad würde nur so durchflutschern Car left, clear left Ohne Handschuhe Ohne Handschuhe The car behind is pitting Check Tweety hinter mir Schöner zehnter Platz für ihn momentan Tweety ist unser Ehrenmann in der Gruppe Ehrenmann Ist wirklich so Check, 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 check Ah, okay genommen diesmal Besser Ist immer so am Ende eines Rennens, verstehen wir Wie das Ganze besser funktioniert, ne Blue Flag Ja, ja, ich lasse Tweety sofort vorbei Gar keine Frage Frage ist nur wo Hier vielleicht Ich will nicht Da kommt nicht ran Da kommt nicht ran Da kommt nicht ran Ich kann das vorbeilassen, so schwierig, weil ich unglaublich vom Gas runter muss, mich vorbeizulassen, weil die Unterschiede halt nicht so groß sind vom Tempo her. Gefühlt kann keiner so von sich aus überholen, weißt du? So krass. Gefühlt kaum einer. Wenn das jetzt Streetman hinter mir ist, hä? Scheiße, hab ich nicht aufgepasst. Den hab ich ja gerade vorbeigelassen, wenn das jetzt erst Streetman hinter mir ist. Versteh ich jetzt gar nicht, was hier passiert ist. Ich krieg lauter blaue Flaggen, aber ja, oh, scheiße. Okay, Eric, watch the track limits, please. Das waren 3D und Boss Team. 3D fährt in die Box. Boah, wie viele Leute an der Box waren. Das ist krass. Oh, Mann. Dich, das ist tiefst. Oh, Mann. S Dick. Mea, Mann. The gap ist jetzt 10. Tänk. Tänk. Die Lied ist peinlich. Ah, er ist hinter mir, ich überunde ihn. LOL. Nein, das hat mich nicht aufgepasst. Fuck, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiß lesen da unten. Nein. Oh. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Boxencheck, Boxencheck. 30 Sekunden. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Was sagt, Jeff? Was sagt, Jeff? Was sagt, Jeff? Was sagt, Jeff? Box oder nicht Box? B-15. Was sagt, Jeff? Jeff sagt nix. Was sagt dir? Jeff ist raus. Soll ich an die Box fahren? Versuchen? Blau ist hinter dir, RIP. Ja, Paisy war, ich war dabei, Paisy zu überrunden. Mega krass. Ähm. Ich fahr jetzt mal ein bisschen. Mal gucken, wie sich das Auto so verhält. Also, aber ich glaube, es ist halb so wild, oder? Ich hab schon das Ausdehbar. Formel 1 wär ich jetzt raus gewesen. Also, das wäre GG's. Hier dürfen wir weiterfahren. Mega cool. Aber macht es Sinn, jetzt weiterzufahren? Kannst du auch in die Box? Wie, du kannst eigentlich... Ich hab meinen Boxenjob schon gemacht. Ich hab meinen Boxenjob schon gemacht. Wenn ich jetzt die Box fahre, will ich anderthalb Minuten einfach so. Anderthalb Minuten vielleicht, zäcker. Glocke. War's schon? Ich war schon, ich war schon, ich war schon, ich war schon. Siehst du, unten an der Übersicht an der 0, an der grünen 0, siehst du, dass ich schon an der Box war. Wenn ich noch nicht an der Box gewesen wäre, würde dann eine orange 1 stehen. Ich fahr jetzt mal weiter. Mach ein paar Runden. Okay. Mal gucken, was wir so für Zeiten hinkriegen, meinst du? Okay, Eric, we got some issues with the car. Box, Box. Box, meinst du, so nennt jemand Box? A couple to your left. Blue flag. Okay, Eric, you've used half your fuel. Ich will nicht an die Box. Es geht noch. Es geht noch, oder? Ja, klar, weiter. Es geht, ich gefühlt, geht's noch. Ich bin sicherlich jetzt ein bisschen langsamer mit den Schäden, aber es geht noch. Ist nicht so schlimm mehr. Also ich rutsche jetzt nicht komplett weg oder sowas. Also es geht noch. Ja, alles rattert so ein bisschen, aber es geht, es geht, es geht. Ja, ne, weiter, weiter, weiter. Wir bleiben. Das war ein bisschen spät gebremst, mein Fehler. Kann nix, das Auto nix dafür. Die 70 hinter mir. Wir bleiben drin. Mal gucken, wie das andremsen jetzt ist. Ja, super, es geht, es geht, es geht. Kann ich an, was vorhin los war? Es geht. Alles gut. Wahrscheinlich waren wir jetzt besser Rundenseiten als ohne Schaden. Blue Flag. Okay, es soll vorbei, es soll vorbei. Oh man, die Lichthupe. Das extra Hinweis wahrscheinlich, ne? Wer war denn das? Grohmann. Die Übersicht war nicht so ganz verstanden. So sah aus wie Treatman. War ich jetzt Grohmann oder Treatman? Das war Grohmann, ne? Grohmann. Left side tires are cold. Danke für die Glück. B-15. Scheiße. Schmidt, okay. Laut Anzeige ist es aber Bommelbeanie. Ich bin gespannt. So, ganz großzügig vorbeigelassen. Und verbrennt's. Paisy, wie weit ist der denn jetzt vor mir? Ich sehe gerade Paisy. Ah ne, er ist in der Box. Paisy, wir haben jetzt Paisy überrunde, wer ist in der Box? Irgendwas wieder passiert wahrscheinlich. Aber das ist ja gut, erinnert es ja nichts an unserer Pose. Wer ist eigentlich hinter mir? Laura. Ne. Muss man die andere Ansicht einschalten. Aber nicht jetzt, das fliege ich aus der Kurve. Aber jetzt. Eberhard? Ne. Eberhard ist hinter mir. Vier Hunden. Paisy, fünf Hunden. Blauer jetzt eine Sekunde hinter mir. So, überrunden. Okay, war zu viel, okay. Okay, Jeff, ist gut. Was hab ich da jetzt gemacht? Das war noch nicht passiert in der Kurve, aber passt ja ganz gut. Konnte ich die drei Leute vorbeilassen? Wer war denn das? Rain, Liebling und Jens. Liebling ist so geil der Name. Liebling. Oh Leute, ist das anstrengend. Ist der Hammer, ist der Hammer, ist der Hammer. Bin fix und fertig. Wenn ich mir vorstelle, so 24 Stunden Rennen. Ach du Scheiße. Blue Flag. Car left. Clear left. Car left. Clear left. Bisschen spät. Bisschen spät. Bisschen spät. Grad noch, grad noch bekommen die Kurve. Ja. Se Herman. Bisschen spät. In Member. 继 gesund. Vistchen spät. Ver kameras. Visten. brave disappear. Vissen. remuse. Oke. Ö怖. goals. Da kommen vier Fahrer hinter mir. Puh, das wird schwierig jetzt. Okay, wird nicht so schwierig. Fuck. Das ist doch geil. Jedes Mal, oh scheiße, das wird jetzt Schickbaum raus. Okay, war nicht schwierig. Jedes Mal gerade. Wo wär's das? Jetzt ist einer komplett rausgedreht. Eberhard, Eberhard. Hoffentlich ist nichts passiert. Bester Mann. Okay, Eric. 15 Minuten left. 15 Minuten. 15 Minuten left, check. Schaffen wir, schaffen wir. 15 Minuten noch überleben. Obst auch jetzt die Linie sehen. Die Linie muss sein. Und wenn ich die, die, mit dem Rad über die Ziellinie laufen muss. Mit dem Rad im Rucksack oder sowas. Oder das Rad rüber wollen. Ziellinie muss sein. Das ist das Hauptziel von heute. Bis zum. So. Okay. Eric, watch the track limits please. Second one is green. What is that safe to say? He is completely finished. I have to concentrate. Oh, who is coming here? Eberhard is coming back. So, everything is good at him. Let's see. Left side, clear left. What? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020